Hallo und herzlich willkommen zu The Elder Garming Doh Enderall. Ich bin der Rale und wir sind wieder auf unserem Enderall Dingens Spielstand, Speicherstand etc. Wir haben das letzte Mal sehr gegen ein paar von den Mercenaries kämpfen müssen. Und wir haben dafür jetzt aber immer Großschwertkrieg. Aber jetzt müssen wir mal schauen, irgendwas ist da nämlich passiert. Oder sagen wir so, da hoch oben haben wir mal einen Mercenary Leader gefunden. Und der Mercenary Leader lost uns, aber Gott sei Dank eben sein Großschwert hinten. Das Großschwert ist eigentlich meine neue Favourite Attacke, also meine neue Favourite Ding. Und ich muss echt aufpassen, die haben da überall so schön den Moonsap Dingens vertalt. Da haben wir ein paar Soul Gems, ein Shovel. Dagger auf Despair, hört sich cool an. Search the chest. Uh, nehm mal. Aber ganz ehrlich, wie hätte ich da jetzt bitte die ganzen Ding safen sollen? Das geht ja einfach nicht. Ah, sie kommt da mit dem Lift gemütlich runter. Ah, sie kommt da mit dem Lift gemütlich runter. Ah, sie kommt da mit dem Lift gemütlich runter. Also, ich werde das nicht gemütlich sein. Das ist das, was ich nennen, ein guter Timing. Ich glaube, dass du erfolgreich bist. Was über die Fragments? Hast du sie geschaffen? Hm. Also, ich glaube, das muss ich machen. Danke. Was über Sev? Hast du ihn gefunden? Fuck. Das kleine Scheiße. Ich wollte ihn erzählen uns, wer ist hinter all das. Na, egal. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Was ist dein Name? Insofern all das, wir hatten keine Zeit für Fremalities. Rale, ich bin froh zu treffen. Du bist froh? Na, das ist gut zu hören. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas schwer auf dich war. Entschuldigung für das, wirklich. Manchmal habe ich nur eine kurze Fuse. Auf jeden Fall. Lass uns über den Grund, warum du hier bist. Für die Anfangs, erzähl mir, wie du den alten Ranzer, um dir zu vertrauen hast. Das passiert nicht sehr oft. Ich habe Zeit. Aha. Also, du sagst, dass du all das gelernt hast? Die Magik, die Ranzerung, in so lange Zeit? Das ist... faszinierend, zu sagen. Und diese Visionen? Wenn ich das richtig verstehe, hast du die Todes der zwei Apothecary gesehen? Das ist wirklich. Aber hey, wer bin ich zu beurteilen? Hier bist du, der mysteriöse Stranger, der aus dem Teufel und, ohne viel Fuss, aus dem Teufel aus dem Teufel. Und noch besser. Jetzt hast du mir gesagt, dass diese Füße aus der Magik studieren, nur ein paar Wochen. Und dass du die Zukunft sehen kannst. Du bist sicherlich voll von... Sch... Was? Nicht du, Entschuldigung. Ich meine... Ich hatte nur ein wunderschönes Gefühl. Hä? Nein, das wäre verrückt. Wie zu... Unmöglich. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Also... Ich würde frei sprechen, aber ich bin mit dem Heiligen Ordnung zu sprechen. Aber ich werde mit dem Heiligen Ordnung zu sprechen. Aber ich werde Konstantin und der alten Oranthiel über meine Theorie erzählen. Und du... Du musst wahrscheinlich patienten sein, bis der andere entscheidet, dich in die Bildung zu stellen. Entschuldigung. Aber wenn meine Idee richtig ist, dann werden wir in eine Position, wirklich kicken. Ich gefällt mir. Anyway, warte noch einen Moment. Bereit? Okay, jetzt machen wir das. Nichts Worte, es wird einfach ein bisschen klingeln. Was machst du? Ihr wollt nur da hinten in die Tür ein. Was? Uh, bist du okay? Das war nicht auf der Grund. Wirklich? Oh mein Gott. Du wirst wirklich schrecklich sein. Ich werde das richtig machen. Ich versuche. Ich habe keine Idee, was gerade passiert. Der Ritual ist nicht genau schrecklich, aber normalerweise, du darfst nicht mehr als eine schwere Tickle fühlen, egal wie es geht. Aber... Hm. Vielleicht hat das etwas zu tun, mit der strangenheit von deinem Aura. Ich habe bereits gesagt, aber es ist sooo anders. Es ist schwer zu erklären. Es ist schwer zu erklären. Okay. Okay. All right, dann. See you around. Take care. Okay. Jetzt kann da eine gehen, aber ich will nur da dahinter eine schauen. Äh... Request Key. Okay. Das ist natürlich so. Und dann wieder... auf... nach Heartland. Sollen wir in der Stadt ein bisschen uns ein Handicraft Skill erhöhen? Waffenschmied oder sowas sicherlich praktisch, obwohl ich weiß nicht, wie man oder mit welchem Skill man einen Bogen macht. Ähm... World Map. Bitte. Danke. Passt. In die Richtung. Okay. Eins muss man merken. Oberfallen ist böse. Und zweitens weiß ich, dass da in der Mitte jetzt noch ein Bär ist. Deswegen gehen wir da nochmal ein. Und die gehen nochmal schlafen auf die Schnelle. Denn da haben wir ja zumindest ein Bett, in dem wir schlafen können. Danke. Für eine Stunde sich ausruhen. Obwohl, es wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn ich da jetzt statt 12 p.m. Zähne in der Früh draußen mache, durch das, dass ich dann nochmal schlafen tue. Einfach leider, weil es dann draußen hell ist und die vielleicht den Schwarzbären zwei Meter früherer sich wie drei Meter zu spät. To Heartland. Okay. Schleichen. Und gehen wir zum Weg noch? Oder gehen wir wieder querfeldein? Ich glaube, querfeldein ist fast sicherer. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? An der Stelle habe ich ihn vorher bekämpft, glaube ich. Ah, er war genau da drunter. Warum rennen die eigentlich immer so ultra weit weg hier am Anfang? Und sie verstecken sich ja immer gleich irgendwo dahinter. Wie wenn sie wirklich so programmiert werden, dass sie sich vor Bogenschützen verstecken müssen. Na klar, ich verstecke mich auch vor Bogenschützen. Aber bei mir ist es eher so, dass ich sage, so hey, ja, ich würde gern woanders hinkommen. Aber es lasst mich nicht ganz. Was? Oh, da vorne ist irgendwas. Cliffwatch. Was läuft da oben? Ah, außer. Wo wollte ich hin? Ich wollte nach Ark. Ark ist da herunten. Und ich würde aber auch gern zum Myroth Tower wieder. Das heißt, ich muss da eigentlich wieder aufhören. Also, eigentlich muss ich da auch genau ganz aufhören, oder? Na. Na, da geht es weiter. Oh, da war voller Fälle am Beehive. Ich setze alle Bienen böse auf mich. Hallo. Ich brauche eine Flugzeuge. Bitte, danke. Nach Ark direkt. Oder? Was zurück? Schauen wir nochmal. Wir sind noch Ark. Na, gell. Wo ist denn unser Questmarker? Okay, durch das, dass wir jetzt mit dem Myroth Tower fliegen können. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt von der Quest her. Ich sollte zurück zum Sun-Tempel. Ah, nein. Ich habe ja ein Portscroll für den Sun-Tempel krieg. Das kann ich jetzt auch verwenden. Was? Ich habe ja ein Portscroll für den Sun-Tempel. Na, was? Äh... Use? Hallo. Hallo. Was? Ich habe ja ein Portscroll für den Sun-Tempel. Okay, und dann fliegen wir mal hoch wie Iron Man und auf zum Sun-Tempel. mehr oder weniger. Hehehe. Okay, da müssen wir rein. Sun-Tempel Chronicum. Ich habe ja auch noch die ganzen Depuffs drauf, die, was wir ja eigentlich meine Stamina und so weiter einschränken. Da muss man mal kurz schauen. Der ist glaube ich unter Magic, oder? Da war Weird Fever. Ich würde das alles gern heilen. Sollte mal zum Heiler gehen. Vielen Dank, Herr. Immer mit. Das ist Holy Grah. Natürlich. Was hast du? Du gehörst nicht. Ich versuche mich zu wissen... Jetzt, wenn es nicht der Prodigy ist, dann... ... das ist deine Ansprüche, ist es? Der hat ja auch gerechtigt. Ich habe ja Medizist cuatro Reine gele Erfahrung gemacht. Sie hat ja alles gesagt. Neden ist es. Sie hat mich gesagt. Ihnen war B selected. Sie hat sich vielleicht etwas... ... war eher enthousiastisch. Aber ich werde die Juden für Aramthaar vor. Er möchte mit dir sprechen. Sie sehen, dass du ihn interessiert hast. Ah. Okay, wo kann ich ihn finden? In dem Emporium, der letzte Gebäude auf dem linken Seite des Tempel. Juste erzähle den Guarden, dass Aranthiel dich gefragt hat, und sie werden dich in lassen. Ah, ja, bevor ich mich vergessen. Meine Dame Luschi hat einen Token für dich gegründet. Es ist deine Wahl. Willst du ein Buch? Eine alte Karte oder eine Karte von Pfennchen? Sehr gut. Jetzt geht es weiter. Ich bin sicher, dass wir später noch sprechen. Ich habe einen Learning Book für zwei Learning Points gekriegt. Oh, Summoning Magic. Aber jetzt müssen wir zuerst da das Learning Book da... Ah ja, ich sollte mal wieder meine Waffen ausrüsten. von Longbow vor allem. Und wo ist jetzt das Learning Book? Learning Book, Learning Book. Haben wir was noch nicht gelesen? Hammer, 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 Hammer... Hä? Oh, das war da hinten, glaube ich, oder? Oder war das da vorne irgendwo? Ah, das ist so verwirrend, die Aufteilung. Es ist zwar eine super Aufteilung, aber es ist trotzdem verwirrend. Learning Book. Learning Book, da haben wir es. Memory Book, plus eins Memory Point. Das ist cool. Obwohl, ich sehe noch... Nein, ich kriege leider eine gewisse Anzahl von Learning Points. Das heißt, ich muss mir die da aufkalten und gegen andere Bücher eintauschen. Krusty Bread. Sondern mit Cabbage, Carrot, Maus, Potato. So, gehen wir damit runter. Gehen wir uns mal anhauen, was da jetzt mit uns passieren soll. Es ist wirklich, wirklich interessant. Aber es ist wieder ein Game. Das heißt, ich bin natürlich etwas Besonderes. Man ist ja immer der Build This Special Snowflake und alles Mögliche. Aber... Schauen wir mal. Oh, hey. Oh, hello. You're the Companion from that Mercenary, aren't you? This is Holy Grand, that's what his name is. You cannot buy that. I don't... Es ist eine Überraschung, Teiler. Und eine ganze Division über die Seine, wegen einer Überraschung, ist Wahnsinn. Wir müssen herausfinden, wer die Mercenarier hat. Das Pegasus sagt, dass sie nach der Signet-Stone sind, und wenn sie weiterführen, dann die Black-Gardien alleine weiß, wie zu stoppen die Cycle. Die Cycle? Listening zu Ihnen sprechen almost machte mich vergessen, dass all diese Fuss hier nur auf irgendwelchen Schmerzen du und deine Nereminen Freunde hatten. Der Schmerz ist real. Deny es so viel wie du möchtest, aber deep inside, du fühlst es so viel wie ich. Teiler, du bist ein Kommandor, und ein Kommandor geht nicht über die Gefühle, sondern über die Wahrheit. Du hast diese Fehler gemacht, Teiler, damals in Kyra. Und wir wissen alle... Die Mission wird passieren, ich entschuldige. Du hast einen Besuch. Also, du bist die Prodigie, die alle sprechen. Interessant. Ich bin Teiler Aranthea, son von Lorius I und Grandmaster der Ordnung. Ich bin froh, dich zu treffen. Was ist dein Name? Rale, you wanted to see me? Yes, and I will come straight to the point. Ah, thank you. You are here, because I believe that you are special. Humanity faces a threat that needs to be stopped. And to achieve this, you are indispensable. Okay. Among other things, yes. I do not need to explain to you that the present situation on Vien is chaotic. The wars, the living dead, common people who are losing their minds to name only the most obvious. But most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it, as have I. These visions, so you know where they come from. I do. And I will explain everything to you. What it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Maybe you already know who I am. My entire life, I served the gods who ruled Vien until their death two years ago. Now, what you probably do not know, is that the one responsible for their death is my son, Narazul Aranthia. He hated the Lightborn, because he believed that they robbed mankind of their right to freedom. So he strived to overthrow them. He found followers, formed an army and declared war on them. And thus, on me, a servant of the Lightborn as well. So, in der Zeit hätte er wahrscheinlich jetzt bis davor gehen sollen, aber er ist leider an jeder Kante hängen geblieben. Okay. It all ended in a battle thirty years ago, which Narazul won. He killed every single survivor except for me, and locked me in a dungeon on Ner'in. I still do not know why he spared me. Yes, after more than thirty years, when the death of the gods made the magic around the prison disappear. And during my escape in the northern mountains of Ner'in, I also had them for the first time. The dreams. Okay. Wohin gehen wir jetzt? Okay, wir gehen zum Suntime-Blause. Und ich wollte gerade weniger Text haben, weil den Rest, das sind so Fragen, die mich persönlich nicht interessieren. So, warum hat der denn bitte die Dings so gehasst? Man kann sich, er hat es eh gesagt, sie seien sozusagen gegen die Freiheit von den Leitgängen und so. Was er hätte es ja auch nicht tun, wenn man es genau nimmt. Also, es hat sich ja noch nicht viel verändert seitdem. I always saw the same glaring, terrible light, heard screaming. And I felt like I was burning up from the inside. And above all, like a veil, there was the knowledge of imminence. At first, of course, I dismissed these dreams as the delusion of a man close to death. So, I concentrated on making it through the mountain somewhere. Two days after my escape, I was completely exhausted. And I would have died if a former acolyte of my son had not found me. Yes, but he did not recognize me. And brought me to their headquarters instead. An old monastery in the mountains. The others were aware of my identity, but for whatever reason they did not kill me. Okay. Maybe because they thought that the death of the lightborn had made me insignificant. I do not know. Still, even after my recovery, the dreams continued. At first, I doubted my sanity. But after some time, I told the leader of the mages, Constantine, about them. I said something that I'd never expected. He was not alone. He, as well as many others, magically gifted on Vin, dreamed the same dreams. And the more we talked about the method, the stronger a suspicion really. Which has now turned out to be the truth. The dreams, they come from the same place. They are a shared memory. Okay. A collective subconscious. Yes, I know that you can feel it too. And probably far more intense than we do. But like you back then, we were not able to make sense of the images. So we went looking for answers. In the remains of the civilization that was before us. The Pyreans. And that's the excavations, like in old Russian guards. What did you find? First, there were many civilizations before us and before the Pyreans. Maybe hundreds, maybe thousands. And the history of each civilization unfolded and still unfolds according to a pattern. They emerge. They blossom. And at some point, at the apex of their existence, they simply disappear without any trace. And third, everything that has happened in the past years and which is still happening indicates that this disappearance lies ahead of us. We are part of an eternal loop. A cycle. And our cycle is approaching its end. Yes, it does. At first, we considered it absurd. As probably you do at this point. But there came a moment when we simply could not deny it anymore. We began to study the history of the Pyreans more intensely. And the parallels were extraordinary. In its early days, the Pyrean Empire was split up by a disaster just like Vin was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Also, the Pyreans had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. The two castes of the Sun Priest. They too ruled until they were overthrown. Okay. This overthrown was followed by an outbreak of wars and chaos. And then, just like that, the Pyreans ceased to exist. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the cleansing. Well, this is the reason why we need your help. Not only episodes of history recur within every cycle. Characters do as well. Ah. Yes. The Pyreans call them the emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature, an answer to the red madness. And I am one of them. As are you. While I take on the role of the ruler, you take on the role of the prophet. I'm supposed to be a prophet? Just a description. Call it what you will. No, but without doubt. It is the truth. Your story matches the descriptions perfectly. Okay. Yes. Former enemies or not, both sides have understood the magnitude of the threat. The magical knowledge of Narazul's former mages is vast, as is the power of the Holy Order. Even though not all of the keepers agree, as you probably have already noted yourself. Yes. They say to them very much, that they don't want to come. No. As I already said, the emissaries simply appear at the beginning of the end, like pieces on a chess board. Okay. We are determined by our skills, how and to what end we use them, is our choice. Okay. On the one hand, your power. You carry the potential to master any skill within a fraction of the usual time needed. I assume you have already realized this. You have already seen your ability to look into the past, and therefore into the future. Yeah. Your visions are a window into the past. And as every cycle is based on the same events, it is a window into the future as well. You can feel the thread this world is woven with. And because of that, you can see things that have happened, and thus will happen again. This gift makes you indispensable to us, and it is why I want your help. Good. However, there's one more thing before the actual work begins. I want you to join our order, and to do so, you have to pass a test. A trial. Okay. It is. Whatever you think about our story, we are the only faction that is strong enough to oppose the cycle. If you want to be part of our mission, you need to have access to our knowledge and resources. You can learn this. There will be voices in the order, speaking against your admission, as they are speaking against the presence of the Naramese Majors. Consider it an honor or a necessity. It is up to you. It is the trial, the novices have to pass in order to be exalted to the role of a keeper. Only the best students of the school are allowed admission, and even though you have not been a novice, I want you to take it too. At this very moment, two novices are on their way to the testing grounds. I have informed them about your arrival. I had a hunch. Let us leave it at that. At the border to the Heartland, near the Whisperwood. They will be waiting for you there. Take the Myret, talk to Signet Master Batar and hand him this package. And then follow his orders. Ah, one more thing. It might be self-evident, but keep your knowledge about the death of the light born to yourself. I do not believe you can do any real harm. But in the worst case, path-abiding people consider you a heretic. After the cycle has been stopped, we will deliver it upon how we deal with the matter. If and how we tell our people about it. But not now, that is for sure. Now, leave. The sooner we can dispense with this formality, the better. Okay. Auf geht's, auf geht's. Auf zum Myret. Das dann brauchen wir zuerst. Das erste Mal müssen wir dazu zum Myret Tower. Aber bevor wir dazu zum Myret Tower her gehen muss ich einmal schauen, wo wir hin müssen. Wir müssen also zum Myret Tower at the Heartland Border. Okay. Und da haben wir den Myret Tower. Oh, und den Test werden wir auf nächste Woche verschieben müssen, so wie vieles. Deswegen sage ich auch jetzt nach einem weiteren Save wieder einmal, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, deswegen tschau tschau, Danke fürs Zuschauen.